Der Fritz hat nur ein Messer, ja. Ja? Ja. Hat er keine Drei-Schwerter wie deinem Messer? Leonardo von Turtles? Ne, Drei-Schwerter hat er nicht. Er hat nur ein Messer. Der Papa hat eine Hängematte auch. Wo? Hängematte, Moskitonetz habe ich. Ich habe auch ein Messer. Und eine Trinkfilterflasche. Damit ich Wasser finde. Aber ich werde acht Tage nichts essen, Bubi. Ist das schlimm? Ist nicht schlimm. Ist kein Problem, gell? Ja. Schafft der Papa das? Ja. Schafft er das? Ja. Schrei laut, ja. Ja. Der Papa schafft es. So, letzte Tipps von der Familienmutter. Gib mir einen guten Tipp mit für die Insel. Ja, was soll ich dir sagen? Vorsichtig sein. Keine Gefahren eingehen. Und wenn es dir schlecht geht, dich nicht scheuen, auf den Knopf zu drücken. Vater, Tipp. Ja, wir holen dich lebend wieder zurückhaben. Das heißt, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann drückt, du musst dann keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Ich weiß. Vielleicht kann mir irgendeiner helfen, wie ich hier einzelne Sehnen aus dem Paracord gezogen bekomme, ohne dass sich das so verwickelt. So, man kriegt es hier nicht rausgezogen. So, es ist dann immer hier unten so christlich, wenn man mal eine lange Angelschnur will oder sowas. Wie, wie, wie? So, wir üben nochmal. Boah, schön rein. Ja, guck mal, das ist ja noch relativ sauber. Mach richtig voll. Ihhh, guck mal, da sind Stücke. Was für Ihhh, wenn ich so ein Wasser finde, ist Jackpot. Der ist doch gut, reicht doch. Ist doch wunderbar. So. Und? Schmeckt gut. Gut. Der beste Gegenstand. Dieses Ding ist der beste Gegenstand. Grail. Ist doch gut.